Okay, wir wollen einen Kuchen backen, was brauchen wir alles dafür? Äh, logischerweise eine Schüssel, eine Backform, Mehl. Ja, das ist zu viel Kram, kümmert du dich darum. Ja, und was machst du dann? Ha, an dem dran stehen und gut aussehen. So, warte. Also zuerst schätze ich... Warte, haben wir überhaupt Rezepte? Ja, kein Plan. Wir nehmen einfach Zeugs aus dem Kühlschrank. Hat das Ding schon immer geleuchtet? Hm, die Lampe ist kaputt. Kann man das wirklich so reinstellen? Aber sich klar. Sich klar? Ja, eine Kombination aus sicher und klar. Oh. He got it! Also, verstanden? Sich klar! 25 Minuten später. Oh Mann, gleich gibt's was Leckeres. Oh Mann, gleich gibt's was Leckeres. Oh Mann, gleich gibt's was Leckeres,